Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer & Wehner. Neben mir sitzt einer der berühmtesten Strafverteidiger Berlins und Deutschlands, Dr. Ulrich Wehner. Hallo Ulrich. Ja, hallo. Ich sage noch nicht, wer neben mir sitzt, das will ich jetzt nämlich vorstellen. Einer, der weltberühmt ist über die Grenzen seiner Straße hinaus, Christopher Lauer. Ja, das bin ich. Ulrich, wir haben zusammen einen Podcast, der heißt Lauer & Wehner. Wir hatten jetzt ein bisschen länger gebraucht. Wir hatten jetzt so einen schönen Ein-Wochen-Rhythmus. Das hat jetzt nicht funktioniert, weil wir beide ja auch noch werktätig sind und andere Dinge machen müssen und du viel zu tun hast und ich viel zu tun habe. Ja, es ist wahnsinnig viel passiert, aber es könnte sein, dass wir heute in unserer Folge ein bisschen monothematisch sind. Wir haben letzte Woche schon darüber gepodcastet. Und diese Woche wird das mit Sicherheit auch den Podcast dominieren. Der Mordfall an dem Regierungspräsidenten von Kassel, Dr. Walter Lübcke. Denn nachdem es da ja gegen Ende unserer letzten Podcast-Folge so ein bisschen hin und her ging, was mich dann sogar zu der Premiere brachte, dass ich einen, ja wie nennt man das denn beim Podcast? Du hast selber eine Gegendarstellung gebaut. Genau, ich habe meine eigene Gegendarstellung gebaut. Das kommt davon, wenn man der FAZ sofort Glauben schenkt. Es ging hin und her, aber jetzt ist es so, dass ein dringend tatverdächtiger Mann, Stefan E. aus Kassel, 45 Jahre, verhaftet worden ist und sogar der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen hat aufgrund der Bedeutung der Tat. Ja, wenn du sagst, monothematisch mag es zwar sein, dass wir beim Fall Walter Lübcke als Überschrift uns aufhalten, dass ein übergeordnetes Thema es gibt, aber man kann sehr vieles daran sehen, können wir schon mal. Man kann wahnsinnig viel daran sehen. Sehen und lernen. Ich habe ja auch in den letzten Tagen und Stunden viel dazu getwittert. Ich bin ja ein fleißiger Twitterer. Ulrich nicht so. Das liegt daran, dass Ulrich tatsächlich arbeiten muss und nicht so viel Zeit zum Twittern hat. Aber bevor wir jetzt hier so direkt einsteigen in das Thema, würde ich mich total freuen, lieber Ulrich, wenn du noch mal den Hörerinnen und Hörern, insbesondere den neuen Hörerinnen und Hörern erklären würdest, was machen wir hier eigentlich bei Lauer und Wehner, unserem Podcast. Wir machen für uns und für andere Gegenwartsbewältigung. Wir versuchen, die immer wieder aufs Neue mit linken Haken, rechten Tiefschlägen und Ähnlichem, das war jetzt nicht politisch gemeint, den gemeinen Menschen malträtierende Gegenwart, dadurch, dass wir sie betrachten, die Fakten von der Meinung trennen, diese Gegenwart zu bewältigen und den alltäglichen Wahnsinn mit dem leben zu können und, wenn es geht, das Ganze ein wenig besser zu machen. Gegenwartsbewältigung ist eine Fortsetzung der Vergangenheitsbewältigung, ein Begriff, der mir einfiel, als ich sagte Gegenwartsbewältigung. Ich glaube, wir sagten das beim letzten Mal schon. Da fiel mir auch auf, dass ich den Begriff Vergangenheitsbewältigung, der ja auch eine klassisch deutsche Wortzusammensetzungskunst ist, dass ich diesen Begriff der Vergangenheitsbewältigung schon sehr lange nicht gehört habe. Ja, das kann am Zeitgeist, wie es so schön heißt, liegen. Aber da werden wir im Fall Walter Lübbel auch nochmal draufkommen. Deshalb verbinden wir in dieser Edition, wo wir jetzt nicht mehr folgen, sondern Edition. Ja, das Edition ist wahrscheinlich ein übler Anglizismus, wenn man sagt, in dieser Edition, weil die Puristen sagen, wir in Edition, das heißt doch auf Deutsch was ganz anderes. Naja, in jedenfalls in dieser Aufgabe, in diesem Kalenderblatt werden wir Vergangenheitsbewältigung mit Gegenwartsbewältigung verbinden. Punkt. Punkt. Ja, sehr schön. Ja, mir ist das, nee, mir ist das, nee, Entschuldigung, mir ist das deswegen wichtig, ich habe das neulich schon mal thematisiert. Es gibt Podcasts, da schaltest du ein und dann hast du das Gefühl, oh scheiße, ich muss jetzt hier irgendwie 95 Folgen vorher gehört haben, weil ich überhaupt nicht weiß, wer das, was das für Leute sind, worüber die hier eigentlich reden. Und dann werden so 5000 Insider gebracht. Und deswegen ist mir das wichtig, dass es eine sehr, wie es in der Politik so schön heißt, niederschwellige Zugänglichkeit gibt. Ja, wir sind barrierefrei. Ja, sind wir ja allein. Nein, sind wir nicht, aber... Wobei, naja, traube Menschen haben schon ein Problem, unseren Podcast zu hören, denn sie müssten ihn lesen. Ich habe aber gesehen, dass zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal, YouTube transkribiert ja tatsächlich das gesprochene Wort automatisch mit, allerdings in einer noch sehr schlechten Qualität. Also ich würde mich da nicht drauf verlassen, aber es ist schon sehr beeindruckend, weil die da tatsächlich auch mit Zeitmarke schreiben, okay, dieser und jener Satz in Minute drei oder so. Also das ist schon sehr beeindruckend, die Technik. Ja, wir sind insofern jedenfalls barrierefrei, als dass wir in einfacher Sprache sprechen. Wir bemühen uns zumindest, es einfach und verständlich zu formulieren. Ich bin ein großer Anhänger einfacher Sprache. Nicht, dass ich es wirklich praktizieren kann, aber... Einfach, der Witz ist... Es ist ein... Wenn man sich so ein bisschen reingehört hat, dann stellt man fest, an vielen Stellen, dass nicht viel fehlt. Und die Verständlichkeit mindestens genauso hoch ist und die Vollständigkeit aber auch ähnlich hoch ist wie bei komplexer, sehr schwieriger Sprechweise. Und wenn man schon nicht den ganzen Tag in einfacher Sprache spricht, dann aber kann man jedenfalls von diesem Prinzip der einfachen Sprache, glaube ich, so einzelne, aus dem Steinbruch der einfachen Sprache, Metaphern sind da auch verpönt, aus dem Steinbruch der einfachen Sprache kann man sich dann vielleicht einige Instrumente rausbrechen, die man im Alltag ganz gut benutzen kann. Auf jeden Fall. Ich habe, als ich Abgeordneter geworden bin, mir tatsächlich das Benutzen von Fremdwörtern zumindest abgewöhnt, weil ich mir gedacht habe, okay, das, was ich hier sage, auch in Reden, das muss möglichst einfach und verständlich sein. Ich habe dann witzigerweise, als ich mein Studium wieder angefangen habe, nach dem Abgeordnetenhauswahl, mir das wieder angewöhnt, ständig in irgendwelchen wissenschaftlichen Texten, die ich verfassen musste, für mein wunderbares Studium, wieder irgendwelche Fremdwörter zu benutzen. Wobei da ja auch oft der Trick ist, wenn du noch auf die entsprechende Seitenzahl kommen willst, die deine Hausarbeit haben muss, dann sparst du dir das Fremdwort und beschreibst es einfach deutlich umständlicher. Ja, kleine Tipps fürs Studium. Wir sind nämlich auch Deutschlands bester Studienratgeber-Podcast. Ja, bevor wir jetzt zu Walter Lübcke kommen, muss hier nochmal ein kleiner Werbeblock rein. Werbeblock nämlich dafür, dass wir uns einmal ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken möchten, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Wie ihr wisst, würden wir diesen Podcast gerne, gerne weiter ausbauen, dahingehend, dass er möglicherweise öfter erscheint, dahingehend, dass wir zum Beispiel sogar Leute dafür bezahlen würden, diesen Podcast zusammenzuschneiden und so, damit uns das nicht so wahnsinnig viel Zeit und Energie kostet. Und die traurige Nachricht ist, es geht nicht. Und zwar, weil wir zwar einen sehr harten Kern, derzeit nicht. Also gehen tut das immer, wenn ich diese Woche im Euro-Jackpot gewinne, ist das alles gar kein Problem. Aber die Tatsache ist, dass es zwar einen sehr harten Kern an Unterstützerinnen und Unterstützern gibt, was total cool ist, also das freut mich sehr. Aber das Problem ist, dass die vielen tausend Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts anscheinend beim Hören immer denken, ja, ach, das sind ja so viele tausend Hörerinnen und Hörer, wenn ich nicht bezahle, dann macht das nichts. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, wir sind, was Überweisungen angeht, jetzt noch nicht mal von dem Umfang her, also wie viel Geld das ist, sondern einfach von der Anzahl der Personen her noch nicht mal im Prozentbereich. Wir befinden uns da, glaube ich, gerade so im Promille-Bereich. Ja, das ist also noch nicht so wahnsinnig viel, muss ich einfach an der Stelle. Mit einer gewissen Strenge auch, die du nicht aus Eigennutz und eigenem Vermögensmehrungsinteresse an den Tag legst, sondern im Interesse dieses Produktes, das mit jedem Cent größer wird. Also ich meine, es gibt sowas wie zum Beispiel dieses Übermedien von dem Stefan, heißt der Stefan? Stefan Niggemeier, ne? Ja, mit F. Und da bezahle ich ja tatsächlich 25 Euro im Monat, um das zu unterstützen. Ich mache das tatsächlich auch aus so einer gewissen Form von Ablasshandel, weil ich lese da kaum was, also eigentlich gar nichts, aber ich teile das immer gerne und ich freue mich darüber, dass es sowas wie diese Übermedien-Webseite gibt, weil ich finde, es gibt nicht viel kritischen Medienjournalismus in Deutschland. Vor allen Dingen ist das Problem, wenn, weiß ich nicht, der Spiegel, der hat ja auch eine Medienseite oder Redakteure, die über Medien berichten, aber wenn der Spiegel kritisch über die Süddeutsche Zeitung berichtet oder die Süddeutsche Zeitung kritisch über den Spiegel oder so, dann lassen die sich am Ende des Tages dann doch immer so ein bisschen in Ruhe, weil, ja, ist ja... Ein bisschen wie wenn die Polizei wegen Polizeivergehen ermittelt. Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen. Es sei denn, es passiert sowas richtig Krasses wie Relotius, dann ist halt irgendwie... Ja gut, da hat der Spiegel ja auch selber draufgehauen. Ja gut, wobei man sagen muss, dass die Art und Weise, wie der Spiegel auf Relotius dann draufgehauen hat, auch wieder sehr bemerkenswert war. Warum das bemerkenswert war, das zum Beispiel kann man auf Übermedien nachlesen. Warum mache ich jetzt quasi kostenlose Werbung für Übermedien? Du hast ja gewissermaßen auch diesen Gedanken implantiert, dass man das auch so praktizieren kann, man muss ja den Podcast nicht hören, um zu spenden. Genau, das war... Und es ist nicht, es ist auch keine Spende, es ist auch keine Spende, weil man kann sie nicht steuerlich geltend machen und gar nichts, weil man bezahlt da einfach für. Würden wir uns dann aber auch überlegen, ob wir denn sonst ein EV gründen? Ja, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert. Aber das überlasse ich dem Ulrich, wie man das so machen kann, dass wir alle noch... Ich meine, es gibt so viele schöne... Aber nein, das sollte man jetzt nicht weiter ausführen. Bei Attacke ist der Platz frei geworden. Wie bitte? Achso, Attacke, ja, ja, ja. Hätten wir auch mal was zu sagen können. Ja, ja, hätten, hätten. Hätte, hätte, Fahrerkette. Und warum haben wir nichts dazu gesagt? Weil wir nur einmal die Woche podcasten, weil wir einmal die Woche irgendwie nach unserem, nicht nach unseren, sondern während unseres Feierabends podcasten. Und weil wir das halt so machen, wie wir es machen. Und das ist ja auch schön, dass ihr uns da die Treue irgendwie haltet und dass es uns, dass es euch gefällt, ja. Freut uns immer. Aber mehr gibt es im Moment nicht für das, was da an Unterstützung durch die Hörerinnen und Hörer kommt. Und das formuliere ich jetzt einfach so klar und deutlich. Und dann ist das halt so, ne? Ja, wir wollen wachsen auf eine ökologisch verträgliche Art und Weise. Wir wollen auf eine ökologisch verträgliche Art und Weise. Das ist eines der wenigen Bereiche, wo Wachstum, in dem Wachstum wirklich auch klimaneutral ist und in dem Wachstum zu mehr Größe führt. Das wäre das Ziel, wenn ihr uns dabei unterstützt. Wie gesagt, wir bedanken uns auch nochmal ganz herzlich bei denjenigen, die uns jetzt schon unterstützen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Kontonummer, die steht auf meiner Webseite. Da kann ich noch den Tipp geben, weil wenn das jetzt passiert ist, wenn ihr der Meinung seid, diese Kontonummer in eurem Ebay-Konto eingeben zu müssen, um dann die Ebay-Gebühren von dieser Kontonummer abbuchen zu lassen. Es funktioniert nicht. Ich habe natürlich eine SEPA-Lastschriftsperre auf diesem Konto eingerichtet. Das heißt, man kann Geld auf das Konto überweisen. Ich habe auch die Möglichkeit, Geld von diesem Konto auf andere Konten zu überweisen. Was nicht geht, ist Geld von diesem Konto abzubuchen. Aber netter Versuch wird alles zur Anzeige gebracht. Und dann gibt es noch die Möglichkeit mit PayPal. Auf PayPal könnt ihr, die Infos sind auch auf der Webseite drauf. Und da freuen wir uns über jeden kleineren und größeren Betrag. An dieser Stelle sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass ich diese Woche Geburtstag habe. Ja, dann können wir das noch ergänzen, da habe ich das auch Bargeld angenommen. Bargeld wird auch angenommen. So, in kleinen, nicht nummerierten Scheinen. Ja, aber liebe Leute, dann hätten wir das auch klar gemacht. Ihr könnt uns folgen auf iTunes. Ihr könnt uns folgen auf Twitter unter lauerundwena.de. Sind auch die ganzen anderen Social-Media-Kanäle da. Wir sind auf YouTube. Man kann uns sogar auf Spotify hören. Eigentlich gibt es uns überall im Internet, wo man so Podcasts hören kann. Und ja, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet ihr doch zum Beispiel auf iTunes, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, diesen Podcast ganz analog einfach in eurem Freundes- und Bekanntenkreis zu bewerben. Das heißt, wenn ihr jetzt ein schlechtes Gewissen habt, weil ihr zwar diesen Podcast finanziell unterstützen könntet, aber es nicht macht, dann sucht doch einfach in eurem Freundes- und Bekanntenkreis Leute, die das machen. Oder auch, wenn ihr wollt, aber nicht könnt. Ja, und das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein klassisches Pyramidenspiel, ist es aber gar nicht. Weil wir zahlen kein Geld aus. Das Einzige, was ihr von... Wir zahlen in Qualität. Genau, wir zahlen in Qualität. Was ihr bekommt, ist Alltagsbewältigung. Und da bemühen wir uns redlich, das immer möglichst ordentlich zu machen. Ja, denn anders als die Vergangenheit kann man den Alltag bewältigen. Bei der Vergangenheit, ich habe das gerade nochmal nachgelesen, ist der Begriff der Vergangenheitsbewältigung, der ist zu etwas zurückgestuft worden. Den verwendet man nicht mehr, weil wenn die Vergangenheit so einige kluge Leute nicht bewältigen, also endgültig erledigen kann, sondern sie nur aufarbeiten. Aber auch den Begriff Aufarbeitung der Vergangenheit habe ich lange nicht gehört. Und möglicherweise wird eine These sein, dass man die Vergangenheit im Sinne von gar nicht so ferne Vergangenheit einmal doch etwas aufarbeiten sollte. Das aber nur vielleicht schon mal im Vorgriff auf das, was jetzt kommt. Ja, jetzt kommt nämlich der Fall, die Ermordung von Dr. Walter Lübcke, Regierungspräsident in Kassel. Was Regierungspräsident ist, das hatte Ulrich in der letzten Folge erklärt. Da kann ich einfach nur nochmal empfehlen, reinzuhören. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, wenn wir das jetzt in all dieser Ausführlichkeit nochmal erklären. Walter Lübcke wurde zum Ziel rechtsextremer Hetze und Morddrohungen im Jahre 2015, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, in seinem Regierungsbezirk sollte nämlich eine Geflüchtetenunterkunft errichtet werden. Diese Errichtung der Geflüchtetenunterkunft wurde begleitet von dem, wie ich finde, sehr löblichen Versuch der Politik dort vor Ort, die Anwohnerinnen und Anwohner dieser Geflüchtetenunterkunft darüber zu informieren. Das sind Veranstaltungen, die es im Jahre 2015 und danach, glaube ich, deutschlandweit sehr viel gab. Denn es gab ja auch sehr viele sogenannte besorgte Bürger, also Leute, die immer vorgeschoben haben, ja, sie werden jetzt verunsichert und was ist denn jetzt da mit den Geflüchteten und so. Und auf dieser Veranstaltung hat Walter Lübcke etwas gemacht, was, wie ich finde, Hochachtung verdient. Er hat nämlich einfach klare Kante gezeigt und war auch, glaube ich, so ein bisschen genervt nach einem ganzen Abend, wo er also versucht hat zu erklären, was sie da machen und es also sichtliche Versuche durch wohl anwesende Nazis gab, ihn da irgendwie aus der Fasson zu bringen. Er hat nämlich am Ende einfach gesagt, ja, also dass man Leute auf, also sinngemäß, ich zitiere jetzt nicht wortwörtlich, aber sinngemäß hat er halt gesagt, ey Leute, wisst ihr was, das gehört nun mal dazu zur Bundesrepublik Deutschland, dass man Menschen in Not aufnimmt, dass man Asylsuchende aufnimmt und wenn man diese Werte nicht teilt, dann würde es einem Deutschen ja freistehen, dieses Land auch zu verlassen. Es würde ja niemand einen jetzt dazu zwingen, in Deutschland leben zu müssen. Ja, wörtlich sagte Walter Lübcke, wer diese Werte nicht vertritt, kann dieses Land jederzeit verlassen. Zitat Ende. Ja, und ich finde, das ist natürlich, wenn man jetzt über ein sehr geringes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein verfügt, dann kann ich schon verstehen, warum einen so einen Satz aus der Fasson bringt, ja, weil man dann eben in seiner Opferrolle nicht ernst genommen wird, ähm, sondern gesagt kriegt, ja, ey, sorry, aber wenn du ein Problem hast, dann geh doch bitte einfach, ja. Ähm, finde ich aber eine vollkommen angemessene Reaktion von Walter Lübcke, womit Walter Lübcke wahrscheinlich nicht gerechnet hat, ist dann der Shitstorm, der über ihn ausbrach. Wir hatten in der letzten Folge hier, ähm, kann ich auch nur nochmal empfehlen, diese Webseite Volksverpetzer, ist übrigens auch ein journalistisches Angebot, das sich durch die, äh, Geldbeträge von Unterstützerinnen und Unterstützern, äh, finanziert. Also Volksverpetzer hatte das alles sehr schön aufgearbeitet, wie dann Rechte gegen Walter Lübcke hetzten, er bekam Morddrohungen und er, ähm, wurde, er wurde, äh, ja, bedroht, beschimpft und das waren auch sehr explizite Drohungen, ne? Also Fotos mit, äh, na, Walter PPK und dann stand da irgendwie so, mach mal Walter und so. Also da war klar, worum es geht. Es gibt ganz frühe Spontanreaktionen, offenbar in dem Saal, in dem Herr Lübcke diesen Satz aussprach, wer nicht die Werteteile, der könne dieses Land jederzeit verlassen, der, also man muss ja auch nochmal den Satz sich anschauen, der kann dieses Land jederzeit verlassen, das ist ja keine krasse Ausgrenzung, sagen wir, eine der härteren Formen wäre der Hauer ab oder so etwas, aber der kann das Land verlassen, also ist jetzt nicht so richtig mit der, mit der Suppenkelle auf den Kochtopf geschlagen, geht anders. Es ist vor allen Dingen so im Sinne, äh, entweder oder, ne? Ja, wenn du damit nicht klarkommst, dann kannst du auch gehen, weißt du? Du kannst aber auch bleiben und irgendwie nörgeln, ne? Genau. Selbst das ist eine Möglichkeit. Jedenfalls, aber die unmittelbare Reaktion in dem Saal, als er diesen Satz sagte, zugespitzt ist, aber da jetzt auch keinerlei Fäkalbestandteile, keine Vulgärbegriffe, keine sexuellen Konditionen, also jedenfalls ein entspannter Satz, ja, ein bisschen zugespitzt, da ging es erst, wohl gab es ein leichtes Gelächter, wie eine Quelle beschreibt im Saal, sogar vereinzeltes Klatschen, aber dann, so schildert hier eine mir nicht bekannte Quelle, Was ist denn das? Weiß. Ja, das ist der Weiß-Artikel von dem Marten-Böselager. Eine mir nicht bekannte Quelle. Wir müssen schon ordentlich zitieren. Habe ich doch, mit deiner Hilfe. Aber dann fangen plötzlich wütende Männerstimmen an. Also, wahrscheinlich waren auf dieser Veranstaltung insgesamt, bei der es um die Flüchtlingsunterkunft geht, keine Frauen, die klugerweise zu Hause geguckt haben. Hase, du bleibst hier. Hase, du bleibst hier. Wir, die klugerweise zu Hause geschaut haben, welche Quatschkleidungsstücke, die man mal irgendwann angeschafft hat, man vielleicht einfach in diese Flüchtlingsunterkunft reingeben könnte, damit man sich nicht ganz so mies fühlt, dass man sich wieder irgendein paar, was für Frauen und Männer gleichermaßen gilt, ich habe nicht am Wochenende Joggingschuhe entsorgt. Jedenfalls, damit man sich nicht so mies fühlt, die Frauen waren gerade dabei, Sachen zusammenzustellen, als dann die Männerstimmen riefen, Buh, war das eine, Pfui, fand ich auch super, Pfui. Das hat man wahrscheinlich schon damals gerufen, auf irgendwelchen NSDAP-Veranstaltungen, wenn jemand sagte, dieses Geschäft gehört einer jüdischen Familie, dann haben die gesagt, Pfui, nehme ich mal an. Ich weiß gar nicht, wo Pfui herkommt. Wahrscheinlich bräuchten wir neben der tiefen, psychologisch fundiert arbeitenden Psychotherapeutin, auch noch eine Linguistin hier. Und dann, irgendjemand ruft sehr laut, verschwinde. Also ungefähr fünfmal dieses, der kann gehen, oder zehnfach gesteigert, der kann gehen. Dann ruft einer, verschwinde. Also nervgetroffen. Das wollte ich nur ergänzen, dass es sofort zu diesem Aufruhr da kam. Ja, wobei man, das klingt jetzt so ein bisschen wie Sandkasten-Kindergarten. Wobei man, nein, 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 was ich jetzt sagen werde, das klingt jetzt ein bisschen wie Sandkasten-Kindergarten. Der Walter Lübcke hat nicht angefangen. Also, weil das steht ja auch in dem von mir beim letzten Mal schon verlinkten Artikel von dem Marten-Böselager, dass es da also anscheinend bei dieser Veranstaltung Menschen gab, die da ganz klar mit dem Ziel hingegangen sind, den Lübcke zu provozieren und eben dort aus der Fassung zu bringen. Gut, es geht jedenfalls weiter, wie du ja schon angesetzt hattest. Ja, er wird im Internet bedroht. Morddrohungen, Volksverräter wird er genannt. Volksverräter auch, ganz, ganz großes Geschichtsbewusstsein. Ja, ganz großes, ja, genau, das ist ja, das mit dem Volksverräter, das haben wir ja auch schon mal in einer der Folgen gebracht. Die brauchen das ja, um sich dann in so einen Wahn reinzusteigen, mit die meine ich jetzt Rechte, rechtsextreme Nazis, um sich dann in so einen Wahn reinzusteigern, wo sie dann den, ich glaube, es ist der Artikel 20, mit dem Widerstandsrecht, wo sie sich dann, da haben wir mal in einer ganz frühen Folge, da hieß das hier, glaube ich, noch lauer informiert, damit die sich da reinsteigern können, so von wegen, wir leisten hier ja eigentlich nur Widerstand gegen die ganzen bösen Volksverräter, deren Absicht es ist, die Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland abzuschaffen und so. In krasser Verkennung, warum das Widerstandsrecht überhaupt in dieses Grundgesetz reingeschrieben worden ist. Wir fassen uns kurz, es ist jedenfalls nicht zur Ausmerzung von Volksverrätern das Widerstandsrecht gesagt worden. Liebe Nazis, das Widerstandsrecht steht eurem Wege in dem Grundgesetz. So, und auf jeden Fall, dieser ganze Shitstorm gegen Lübcke ebbte dann ab. Aber, großes Aber, wurde dann zum Beispiel durch so Figuren wie Erika Steinbach Anfang 2019 wieder angefacht, die sich da wohl auf Facebook oder Twitter betätigte. Und das ist insofern bemerkenswert, weil t-online.de da einen sehr schönen Artikel drüber geschrieben hat. Und Erika Steinbach dann sofort forderte, dass dieser Artikel gelöscht wird. Und t-online.de sagte, also Frau Steinbach... Alter, Annegret Kramp-Karrenbauer-Tradition. Ja, und t-online.de dann nur furztrocken, meinte Frau Steinbach, das stimmt aber alles, was sie hier in diesem Artikel schreiben. Und deswegen löschen wir den auch nicht. Können Sie uns noch einen anderen Grund nennen, warum wir das löschen sollten? Das ist fiese Meinungsmache kurz vor der Wahl. Auf jeden Fall, jetzt fast forward, in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni wird Dr. Walter Lübcke im Garten seines Hauses erschossen. In der Nacht. Und dann war erstmal die Frage, was kann da passieren? Wir haben in der letzten Folge schon darüber geredet, der ganze Modus operandi erinnert sehr stark an den NSU. Dann wurden wir da so ein bisschen durch die Meldung der FAZ aus der Fassung gebracht, die also Polizeikreise zitierte, letzten, ich glaube, Samstag, die ganz fest davon überzeugt, also nicht letzten, sondern vorletzten Samstag, die ganz fest davon überzeugt waren, jetzt hätten sie den Täter gefasst, der einen Tag später wieder entlassen worden ist. Dann gab es in, ich glaube, Amrum oder irgendwie so, Norddeutschland irgendwo letzte Woche einen SEK-Einsatz, wo mehrere Personen festgenommen worden sind. Da ist aber bisher vollkommen unklar, in was für einem Zusammenhang die mit diesem Mordfall stehen sollen. Außer, dass es heißt, diese Festnahmen dort auf einer Fähre hätten im Zusammenhang mit dem Mord an Walter Lübcke gestanden. Und dann ist es so gewesen, dass in den Morgenstunden des 15. Juni, und hier zitiere ich jetzt aus einer Pressemitteilung des Generalbundesanwalts, in den Morgenstunden ist tatsächlich um 2 Uhr morgens. Ist das deiner Erfahrung nach so ein Zeitpunkt, wo die Polizei ihren Zugriff macht? Ich hatte immer so gedacht, so um 6 Uhr, aber 2 Uhr ist auch eine Zeit. In diesem Fall ja, aber das war nicht die Frage. Es gibt eine Vorgabe in der Strafprozessordnung, die mir jetzt von der Vorschrift her nicht einfällt, dass Durchsuchungen, ich komme gleich, das ist was anderes als eine Durchsuchung, Durchsuchungen dürfen nicht zur Unzeit stattfinden. Das ist auch so ein Erbe der Nazi-Zeit, um das mal historisch sehr verkürzt auszudrücken. Paragraf 104 der Strafprozessordnung gibt vor, zur Nachtzeit dürfen die Wohnungen, die Geschäftsräume und das befriedete Besitztum nur bei Verfolgung auf frischer Tat oder bei Gefahr im Verzug oder dann durchsucht werden, wenn es sich um die Wiederergreifung eines entwichenen Gefangenen handelt. Also grundsätzlich keine Durchsuchung von Räumen zur Nachtzeit. Das ist so ein Grundsatz. Die Nachtzeit ist auch noch definiert in 104 Absatz 3. Ich glaube ab 21 Uhr. Manchmal muss man ja wirklich unseren Gesetzgeber auch lieben und loben. Die Nachtzeit umfasst in dem Zeitraum vom 1. April bis 30. September die Stunden von 9 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. Und in dem Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. März die Stunden von 9 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. So, also, ja, das war wahrscheinlich schon 1875 so, als die Reichsstrafprozessordnung verabschiedet wurde. Und das ist der Grundsatz, also nicht nachts, weil natürlich nachts, wer kennt das nicht, wenn er schon mal nachts übel wach gelegen hat und sich Gedanken gemacht hat, wie er denn jetzt die Vergangenheit bewältigt bekommt, wenn er da so wach liegt. Da erscheinen die Dinge manchmal schlimmer, als sie sind. Und wenn dann noch schlimme Leute an der Tür klingeln, erscheinen die, oder die Tür gleich mit so einer Ramme einrahmen, erscheinen die natürlich noch schlimmer. Und da hat man gesagt, nee, das muss ja nicht sein. Etwas humaneres Strafprozessrecht, Nachtzeit, Nachtzeit dann gleich definiert. Also, man kann sich vielleicht so merken, im Winter meistens erst ab 6. Naja, und die Durchsuchen in der Praxis selbstverständlich sind ja nicht ganz doof. In der Praxis orientiert man sich an der Wahrscheinlichkeit, dass jemand anzutreffen ist. Deshalb muss man damit rechnen, dass wenn Privaträume durchsucht werden, private Wohnräume durchsucht werden, man typischerweise etwas eher mit dem Klingeln rechnen darf oder mit dem Einrahmen der Tür, wenn man nicht rechtzeitig sich einen Morgenmantel übergeworfen hat, seinen Kimono. Und dann wird es so sein, dass die typischerweise so 6.30 Uhr an Privatwohnungen erscheinen, an Geschäftsräumen. Kluger taktische Maßnahmen erscheinen sie nicht um 6.30 Uhr, weil dann da keiner ist. Also, wenn die die, auch wenn die so Audi durchsuchen oder so, dann erscheinen die eher etwas später, so wenn der Förtner kommt. Wobei Audi hat, glaube ich, mehr. Also jedenfalls, und jetzt hier. Geht es ja um das Festnahme. Geht um eine Festnahme und bei Gefahr im Verzug und, also es geht nicht um eine Durchsuchung und Festnahme kann natürlich jederzeit erfolgen. Ja. Ist ja auch sinnvoll. So, um 2 Uhr in der Frühe am 15. Juni wurde der Ein-Tat-Verdächtiger vorläufig festgenommen. Das ist der Stefan E. Vorläufig festgenommen bedeutet was, Ulrich? Das bedeutet, dass er in den Gewahrsam der Ermittlungsbehörden genommen wird und dann innerhalb von 24 Stunden eine richterliche Entscheidung darüber zu erfolgen hat, ob er weiter in Haft bleibt. So, und das geschah dann nämlich am 16. Juni, also gestern, erwirkte die Staatsanwaltschaft Kassel, das ist jetzt hier wieder ein Zitat, ein Haftbefehl gegen den Beschuldigten. So, und jetzt hier weiter. Hiernach ist er dringend verdächtig, Dr. Walter Lübcke in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni heimtückisch durch einen Kopfschuss getötet zu haben. So, also das bedeutet, nochmal zum besseren Verständnis für die Hörerinnen und Hörer, aber auch für mich. Man kann jetzt nicht jemanden, gut, Polizeigesetz in Bayern ist da ein bisschen anders, aber man kann jetzt nicht jemanden einfach so mal einsperren, sondern man braucht dann für, der ist ja jetzt in Untersuchungshaft. Und dafür gibt es dann diese sogenannten Haftgründe. Ja, um jemanden in Untersuchungshaft zu nehmen, braucht es im Wesentlichen drei Dinge. Eine formale Sache, nämlich den Beschluss eines deutschen Richters oder einer deutschen Richterin. Erstens, und das entscheidet also, mit anderen Worten, nicht die Polizei oder irgendein Staatsanwalt, das entscheidet ein Richter. Hauen wir mal noch offen lassen, ob diese Richter da immer sehr, sehr genau hingucken oder nicht, aber das ist halt so, immerhin. Das zweite ist ein dringender Tatverdacht, das heißt, es muss eine, nach dem Ermittlungsstand bei Erlass des Beschlusses über die Untersuchungshaft, in dem Moment muss es deutlich wahrscheinlicher sein, dass man den Täter hat, als dass man nicht den Täter hat in der Person, die da vor einem steht. Das heißt, es muss schon deutliche Hinweise auf die Täterschaft geben. Dieser Maßstab des dringenden Tatverdachts, der variiert. Man kann sich also auf Umstände stützen zu Beginn einer Ermittlung oder bei Festnahme, die später im Verlauf dann an Wert verlieren. Das heißt, zu Beginn sind die Voraussetzungen meistens etwas niedriger. Aber wenn man dann mit dem Indiz nach sechs Monaten immer noch nicht weiter ist, dann wird es schwierig. So, das andere ist, das dritte ist dann der sogenannte Haftgrund. Da muss also neben dem Tatverdacht noch etwas hinzukommen, nämlich insbesondere Fluchtgefahr oder Verdunklungsgefahr. Das sind so die klassischen Haftgründe bei Flucht. Die Fluchtgefahr wird de facto geschlussfolgert aus der im Raume stehenden Straferwartung. Das heißt, man macht diesen, so eine Art juristische Heuristik, also so ein Merksatz, so eine Überlegung, die irgendwo zwischen Merksatz und Latrinenparole ist. Jedenfalls sagt man, also wer eine hohe Strafe zu erwarten hat, bei dem ist es auch sehr wahrscheinlich, dass er abhaut. Das ist in vielen Fällen ist das praktisch, wenn man das mal empirisch überprüfen würde, ist es totaler Quatsch. Weil, also, sich einem Strafverfahren entziehen, das ist in unserer heutigen Zeit gerade für Leute, die sich jetzt nicht als Obdachlose auf der Straße bewegen, ist es für Leute praktisch unmöglich oder jedenfalls äußerst schwierig, sich dem Strafverfahren zu entziehen. Also jedenfalls, Fluchtgefahr ist so der typische Haftgrund, Verdunklungsgefahr ein weiterer, recht typischer Wiederholungsgefahr eingeschränkt und natürlich auch eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Das ist das, was anzunehmen ist. Hier klang ja schon an Heimtücke, ein sogenanntes Mordmerkmal. Das heißt, das macht den Totschlag zum Mord. Totschlag ist einfach nur, einfach nur, Totschlag ist, wenn man jemanden vorsätzlich ums Leben bringt, aus Motiven, die jetzt nicht besonders verwerflich sind. Und Mord ist, wenn noch ein Mordmerkmal hinzukommt, nämlich zum Beispiel Heimtücke. Mordlust oder so etwas. Hier Heimtücke, das heißt also, der dringende Tatverdacht ist gerichtet auf die Begehung der Straftat des Mordes, der schwersten Straftat, die unser Strafgesetzbuch kennt. Und deshalb ist eine hohe Straferwartung im Raum stehend. Deshalb wird in dem Haftbefehl gegen Stefan E. drinstehen, dass Fluchtgefahr besteht. Und die besteht vor dem Hintergrund, da greife ich jetzt ein bisschen vorweg, aber nicht ganz. Die Hörerinnen und Hörer werden es aber auch wahrscheinlich schon erfahren haben. Der gute Stefan E. ist dem rechtsextremen Spektrum zuzurechnen, was auch der Grund dafür ist, warum der Generalbundesanwalt das an sich gezogen hat, das Verfahren. Hier steht nämlich weiter in dieser Pressemitteilung vor diesem Hintergrund, der zur Qualifizierung des Mordes als politisches Attentat führt, hat die Bundesanwaltschaft die besondere Bedeutung im Sinne des Paragrafen 120 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 GVG. Was ist GVG? Das ist das Geschlechtsverkehrsgesetz. Boah, das muss ich jetzt rausschneiden. Das ist das Gerichtsverfassungsgesetz. Nur ein Karlauer pro Folge. Man lernt im Jurastudium sehr schnell, dass man den Gerichtsvollzieher nicht als GV bezeichnen darf. Finden die nicht so richtig. Weil es immer die Abkürzung für den Geschlechtsverkehr ist. Aber bei der Polizei und so. Ja, also der Profi kichert dann so, wenn man sagt, da stand der GV vor der Tür und wollte pfänden. Aber ist natürlich, du willst da, ja. Ja, ist jetzt auch gar nicht so lustig, denn es geht ja noch immer um den heimtückischen Mord an Dr. Walter Lübcke. Die Ermittlungen wurden also an sich, hat der Generalbundesanwalt an sich genommen. So, das heißt, wir haben bei Walter Lübcke einen dringenden Tatverdächtigen, den Stefan E. Kleine Bewertung vorweg. Was ich ja schon mal sehr bemerkenswert fand, war, als also gestern quasi bekannt wurde, beziehungsweise vorgestern bekannt wurde, dass dieser Stefan E. verhaftet worden ist, hielten sich ja noch alle, und mit hielten sich noch alle, meine ich, die deutschen Medien, sehr bedeckt. Was jetzt Spekulationen oder sonst irgendwas angeht, da werden wir auch nachher noch drauf kommen. Aber heute, nachdem also jetzt der Haftbefehl erwirkt worden ist, nachdem sich der Generalbundesanwalt dazu geäußert hat, gab es eine sehr weite, oder was heißt sehr weite, aber es gab zumindest auf Tagesschau, Zeit Online, Süddeutsche Zeitung, Tagesspiegel und anderen Blogs, gab es eine sehr umfassende Berichterstattung um den mutmaßlichen Täter, der also dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen ist. Interessanterweise hat die Polizei ihn anscheinend dadurch überführen können. Achso, Klammer auf, Polizei hat ja am Anfang, darüber haben wir uns in der letzten Folge ja unterhalten, einen rechtsextremen Hintergrund ausgeschlossen beim Mord von Walter Lübcke, darüber hatten wir uns ja auch ausgelassen. Die Polizei konnte ihn anscheinend aufgrund einer DNA-Spur überführen. Man hat am Tatort DNA gefunden und die DNA von Stefan E. befand sich in so einer Kartei, jetzt frag mich nicht, wahrscheinlich ist das so eine Bundesgeschichte, oder? Oder haben die Landeskriminalämter, haben die alle nochmal so eine eigene... Die haben alle ordentlich Dateien. So, auf jeden Fall gab es dann einen DNA-Abgleich und der hat bei Stefan E. zu einem Treffer gefunden. Stefan E. ist nämlich Polizei bekannt. Und zwar schon seit den 90er Jahren war er, also Stefan E. ist jetzt 45 Jahre alt. In den 90ern, mit 20 Jahren hat er, ist jetzt hier tagesschau.de, ist er mehrfach polizeilich aufgefallen, in dem er zum Beispiel auf ein Geflüchtetenheim in Hessen einen Sprengstoffanschlag verüben wollte. Das hat er so gemacht, dass er in einem, das ist jetzt wiederum eine Information von Zeit Online, da hat er eine Bombe, eine Rohrbombe gebastelt, die in einem PKW deponiert und diesen PKW vor dem Geflüchtetenheim in Brand gesteckt. Und es kam dann nur deswegen nicht zu einer Explosion dieser Rohrbombe, weil die Leute aus dem Geflüchtetenheim sehr blickig waren und sofort dieses Auto gelöscht haben. Wo man aber auch sagen muss, dass das auch ein... Ja, wie formuliere ich das jetzt? Aber das ist schon sehr speziell, eine Rohrbombe in ein brennendes Auto zu packen, weil man ja darauf spekuliert, dass sich Leute diesem brennenden Auto nähern, um es möglicherweise zu löschen. Ulrich verzieht nur das Gesicht. So, was haben wir noch? Ja, also er war, das steht jetzt auch auf Zeit Online, er hat der AfD Ende 2016 150 Euro gespendet. Die AfD verneint natürlich jedweden Kontakt. Jetzt hast du noch was? Ja, ich möchte noch ergänzen, ebenfalls nach Informationen von Zeit Online, dass er im Jahr Januar 2040 in Gladenbach an einer rechtsextremen Dämonie 2004... Du hast 40 gesagt. Ja, beides wäre falsch, denn es war 2004... Okay, super. ...in Gladenbach, das ist allerdings richtig, an einer rechtsextremen Demonstration des volkstreuen Komitees für gute Ratschläge teilnahm. Dass diese Information bekannt ist, dass er 2004 da teilgenommen hat, das ist also entweder ein Meisterwerk der Recherche oder die haben einfach da ganz gute Zugänge zum Polizeicomputer oder zum Landes- oder Bundesverfassungsschutz. Jedenfalls, das ist eine Information. Das hat mich sehr erstaunt, dass die Zeit weiß, dass der 2004 in Gladenbach an einer rechtsextremen Demonstration teilgenommen hat. 2004 habe ich hoffentlich gesagt, nicht 2014. Ja, also das muss man sowieso sagen. Ich meine, bei der Zeit haben ja mehrere Redakteure, das Buch haben wir hier ja auch schon empfohlen, dieses Buch über die neue Rechte geschrieben, so ihre Netzwerke und so weiter und so fort. Da gibt es so in der Investigativabteilung schon einige Redakteure, die wirklich sehr gut, die auch sehr gut in die Sicherheitsbehörden vernetzt zu sein scheinen, die aber auch sehr gut anscheinend generell mit Leuten vernetzt zu sein scheinen, die über die rechte Szene, ja, forschen ist das falsche Wort, aber die die rechte Szene beobachten, da gibt es ja auch, sag ich mal, antifaschistisch motivierte Menschen und Organisationen, die das teilweise sehr professionell tun und die sich einfach dann auch angucken, was, weiß ich nicht, wer geht auf welche Nazi-Konzerte, wer trifft sich mit wem und so. Das ist schon sehr beeindruckend. Nee, Zeit Online ist da immer sehr gut motiviert. Ja, weiter auch Zeit Online, dass der Tatverdächtige vor zehn Jahren wegen Landfriedensbruch zu sieben Monaten auf Bewährung verurteilt wurde. Damals hat er mit 400 autonomen Nationalisten eine DGB-Kundgebung in Dortmund attackiert. Was ein Held. Er hat sich auf YouTube in einem Kommentar oder in Kommentaren, das berichtet die Süddeutsche Zeitung, dahingehend geäußert, dass er schrieb, hier Zitat, entweder diese Regierung dankt in Kürze ab oder es wird Tote geben. Und er ist auch vorbestraft wegen Totschlags. Ein Jahr vor der Attacke, das ist jetzt wieder Zeit Online, ein Jahr vor der Attacke auf das Asylbewerberheim hatte sich Stefan E. bereits eines versuchten Totschlages schuldig gemacht, wie Recherchen von Zeit Online ergeben haben im November 1992. Und das ist jetzt tatsächlich, also das zeigt dann auch ungefähr, der wie dieser Stefan E. so drauf zu sein scheint. Denn wie Zeit Online hier weiterschreibt, im November 1992 hatte er auf der Toilette des Wiesbadener Hauptbahnhof einen Mann erst von hinten und dann von vorne mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Später erklärte er vor Gericht, er habe sich von dem Mann sexuell belästigt gefühlt. Dabei habe er es, wie es im Urteil heißt, für sich als besonders belastend empfunden, dass es sich bei dem Zeugen erkennbar um einen Ausländer handelte. Also ja, das ist, wenn sich eines bei Stefan E. abzuzeichnen scheint, dass er also wirklich seit seinem 19. Lebensjahr mindestens ein festes rechtes Weltbild hatte und zu Gewalttätigkeit neigte. Also ich glaube, das ist nicht gewagt, das festzustellen. Beim rechten Weltbild kann man sich noch fragen, ob man damit seine Haltung nicht euphemistisch beschreibt, also oder ob das möglicherweise auch eine sehr, sehr schwere Persönlichkeitsstörung ist. Denn ein geschlossenes rechtes Weltbild, weiß ich nicht, ob man das sagen kann. Das sollte jetzt keine Verharmlosung sein. Ich habe das nur versucht, mal irgendwie neutral formulieren. Das ist das falsche Wort. Ich lasse gerade von meinem Auge diesen Menschen erscheinen und frage mich, ist der gestört? Das kommentiert. Jetzt sind wir schon so ein bisschen in der Bewertung. Aber ich meine, wenn jemand... Ich stimme dir zu, dass das ein sehr schlechtes Verhältnis zu Menschen, die nicht mit der Mayflower hier angelandet sind. Ich habe mich einfach mal gefragt, wann habe ich mich in meinem Leben mal so bedroht gefühlt durch irgendeine Person, dass ich der Meinung gewesen bin, dass ich irgendwie körperlich, also in irgendeiner Form da gewalttätig werden muss. Bin dann zu dem Ergebnis gekommen, dass es noch nie so war. Und ich tatsächlich diese... Wann warst du schon mal mit einem Messer auf der Toilette in Wiesbaden Hauptbahn unterwegs? Ich habe ein Taschenmesser immer bei mir. Aber das ist auch mehr so ein Obstmesser. Der Punkt ist einfach der, ich finde diese Episode auf der Toilette des Wiesbadener Hauptbahnhofes wirklich sehr bemerkenswert, weil es ja auch von einer gewissen mangelnden Impulskontrolle zu... Also jetzt kriege ich den Satz nicht zu Ende. Das deutet darauf hin, dass die Impulskontrolle nicht die Stärke von Stefan E. Das habe ich jetzt so lapidar gesagt. Das ist eine Form auch der Gegenwartsbewältigung. Auch das interessant, beachtlich, dass Informationen über das Verhalten des jetzigen Tatverdächtigen aus dem Jahr 1992, also vor immerhin 27 Jahren, hier erhalten sind, da... Irgendwie scheinen die ja die Akte auch zu haben, wenn die direkt aus der Akte zu kommen. Er muss dann offenbar mit einem einfachen Bundeszentralregister-Auszug... Ja klar, also die, wenn es ein versuchter Totschlag war, das bleibt sehr, sehr lange im Bundeszentralregister, nicht ganz zu Unrecht. Und jedenfalls mit guten Gründen. Ja, also tiefe Informationen, die Kollegen, wie ich mal hochtrabend sage, einfach in der Zeit, haben da sehr gute Sachen aus... Also sehr gut, also sehr... Sehr umfangreich. Ja, bin ich auch sehr beeindruckt über diese sehr umfangreiche Recherche. Da sieht man mal wieder, was dabei rauskommen kann, wenn man Journalistinnen und Journalisten für ihre Arbeit bezahlt. Und er war in der NPD aktiv. Und er war in der NPD aktiv. Genau. Und wegen diesem Sprengstoffanschlag, das steht jetzt noch mal auf der Süddeutschen Zeitung-Webseite, wegen einer Attacke auf ein Flüchtlingsheim vom Landgericht Wiesbaden, wegen versuchtem Totschlags und versuchten Herbeiführung eines Sprengstoff-Explosions zu sechs Jahren Jugendstrafe verurteilt. Das heißt, er wurde nicht nur einmal wegen versuchtem Totschlag verurteilt, sondern zweimal. Ja. Also, ich weiß gar nicht, wann spricht die Polizei immer von Intensivtätern? Ich glaube, das ist eine... Das ist kein... kein stehender Begriff über... von einem Berliner Stadtbezirk zum nächsten. Das ist, glaube ich, schon unterschiedlich definiert. ist ja auch nicht so wahnsinnig viel mit verbunden. Also Intensivtäter ist eigentlich eher ein, wenn ich es richtig sehe, eher ein Betreuungskonzept als ein Stigma. Und es wirkt natürlich als Stigma, aber es dient der Betreuung beziehungsweise besseren Bearbeitung dieser Fälle. Ja. Es führt zum Beispiel dazu, dass anders als diese missliche Situation, dass man immer zu einem anderen Richter, einem Staatsanwalt, einem Polizisten kommt, dass wenn man es in die Intensivtäterdatei geschafft hat, dass man dann sozusagen seinen persönlichen Bearbeiter bei Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht hat. Bearbeiterinnen auch gerne. Die dann direkt schon wissen, ah, das ist ja hier der Spezialexperte. Ah, das ist hier der Karl Egon. Und dann wird dem da gleich geholfen. Geholfen oder einer übergeholfen, ganz wie man es nimmt. Und auf tagesschau.de, das hatte ich nämlich vorhin auch gelesen, auf tagesschau.de beschreiben sie noch, wie das bei dem, wie die Polizei überhaupt an die DNA von dem Stefan E. gekommen sind, weil tagesschau.de schreibt jetzt hier nach Informationen von NDR, WDR und SZ wurde E. wegen des Verdachts einer schweren Körperverletzung eine DNA-Probe entnommen, die bei den Ermittlungen im Fall Lübcke nun zu einem Treffer geführt habe. Also das heißt, neben den zwei versuchten Totschlägen, wegen denen er verurteilt wurde, gab es dann anscheinend auch noch in der jüngeren Vergangenheit irgendwann mal eine, äh, ein Verdacht auf eine schwere Körperverletzung. Ja, ich weiß gar nicht, ob 1992, wahrscheinlich hätte man die dann auch inzwischen, zwischendurch häufiger vernichten müssen. Ich weiß gar nicht, ob man 1992 schon DNA-Proben genommen hat. Ich glaube schon, aber ich glaube, da hat das dann ungefähr so eine Milliarde Euro gekostet, um dann irgendwie so ein DNA-Ding irgendwie zu, ähm, zu sequenzieren. Ja, wie dem auch sein. Das war ja der Craig, Klammer auf, tut mir leid, dass ich jetzt kurz abschweife, das war ja der Craig Venter, der um die 2000 darum mit so einem privaten Unternehmen das gemacht hat, also die, die UNO hatte ja dieses Human Genome Project und hatte gesagt, ja, also bei der Geschwindigkeit, mit der wir das im Moment sequenzieren, brauchen wir so ungefähr, weiß ich nicht, bis zum Jahre 2020 oder 2030, bis wir das menschliche Genom sequenziert haben und der Craig Venter mit seiner Firma hat halt gesagt, fuck it, ich nehme hier die Maschinen, die es schneller machen, dabei Fehler und dann, äh, benutze ich, mache ich das einfach mehrmals, ja, und dann, weil die Maschinen nicht immer die gleichen Fehler machen, kriege ich es dann trotzdem schneller, genau, kriege ich es dann trotzdem schneller sequenziert. Ich glaube aber, dass 1992 die Technik noch nicht so weit war, das heißt, es wird schon in jüngerer Zeit gewesen sein, dass die das Genom von dem, dass sie da eine DNA-Probe von dem gutsten Stefan E. Ja, sich geholt haben. Dabei auch noch ein ganz interessanter Nebenaspekt, die, der zunächst festgenommene, vor zehn Tagen festgenommene, der angeblich, äh, es war der Verdacht aufgekommen, er hätte Blutspuren am Tatort manipuliert, es handelte sich bei dem, ich will mal vorläufig, bei diesem armen, armen Kollegen da, um einen, also ich will ihn mal vorläufig als armen Kollegen bezeichnen, weil der wahrscheinlich ziemlich was mitgemacht hatte, war wohl ein Freund der Familie, der gleichzeitig entweder Rettungssanitäter ist oder jedenfalls sich mit erster Hilfe mehr auskennt als der Durchschnitt der Bevölkerung und den nach allem, was man jetzt bislang weiß, den wohl die Familie zu Hilfe gerufen hatte, der dann da reingelaufen kam und wahrscheinlich nicht darauf geachtet hat, dass die Spurenlage jetzt erhalten bleibt, sondern wahrscheinlich den ja noch im Sterben liegenden Dr. Walter Lübcke dann in irgendeiner Weise behandelt hat, das war derjenige, dessen DNA-Spuren, so heißt es, am Tatort auch gefunden wurden und der dann wahrscheinlich die schrecklichste Nacht seines Lebens verbracht hat, als er da festgenommen war. Also DNA, also man ist sicherlich froh, dass hier ein solcher Treffer gelang, was ja sehr schwierig ist, wenn der Täter nicht aus dem Umfeld kommt, weil da kannst ja fragen, bis du schwarz wirst, da wird ja niemand sagen, das war der Stephan E., kommt ja keiner drauf, also jedenfalls Fluch und Segen, wie man so floskelartig sagt, zugleich die DNA- Ermittlung, denn einerseits mag es zur Ergreifung von Tätern führen, aber es wird eben auch zur falschen Verdächtigung unschuldiger und ist insofern auch ein Beispiel dieser Fall dafür, das ist sehr vielschichtig dieser Fall, ein Beispiel dafür, dass da auch nicht alles einseitig ist und viele Dinge da etwas ambivalent sind. Wenn die diesen ersten Tatverdächtigen, da hätten die doch einfach die Familie fragen können. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Ja, das klingt ja jetzt, das klingt alles, okay, gut, wir gehen da jetzt nicht ins Detail, sonst wird es auch zu kompliziert. Der Sachverhalt jetzt so aus, ja, wie sieht es aus? Achso, ja, genau, und der Name von Stephan E. tauchte auch noch im hessischen NSU-Untersuchungsausschuss auf. Da wurde nämlich, das ist auch noch ein Zitat von tagesschau.de, der Name von E. tauchte im Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses in Hessen auf. Dabei ging es um eine Aussage einer Sachbearbeiterin des Landesamtes für Verfassungsschutz über gewaltbereite Rechtsextremisten wie Stephan E. in Hessen und deren Verbindung zu Rechtsextremen in anderen Bundesländern. So, und jetzt habe ich hier noch eine Webseite exifrecherche.org da wird der Stephan E. auch tatsächlich mit vollem Namen genannt, wo ich mir die Frage stelle, wahrscheinlich ist das nicht so okay, ihn da jetzt mit vollem Namen zu nennen? Oder doch? Nein, das ist nicht okay. Das widerspricht dem Pressekodex, denn es gibt überhaupt kein überwiegendes Interesse der Öffentlichkeit an der Nennung des Nachnamens. Ja, gut, ist es denn dann okay, wenn ich trotzdem auf diese Webseite hinweise? Ja, behältst den Namen ja für dich, wie man gerade merkt. Den Namen für mich? Und zwar drohst du gerade hier zu platzen. Ja, ich drohe zwar zu platzen, der, auf dieser Webseite wird also auch noch mal darauf verwiesen, dass er ein bekannter Neonazi war und dass er, ja, gut in der NPD vernetzt war und die Webseite führt auch noch auf, mit welchen anderen Rechtsextremen und so er Kontakt hatte. Ja, also das ist jetzt so ein Beispiel für eben genau diese Leute, die dann quasi außerhalb von so Strukturen wie dem Verfassungsschutz oder so die rechte Szene beobachten. Ja, das ist es erst mal so weit, was Fakten angeht, zumindest. Ja, vielleicht noch das Faktum, wenn ich das richtig verstanden habe, der Bericht des hessischen Verfassungsschutzes wohl noch aus Geheimhaltungsinteressen für die Dauer von, ich glaube, mittlerweile sind es noch 118 Jahre, aber jedenfalls nach seiner Fertigstellung für die Dauer von 120 Jahren gesperrt worden ist. Von dem NSU-Untersuchungsausschuss. Vom NSU-Untersuchungsausschuss. Ich bin mir nicht sicher auf die Akten, jetzt gehen wir uns ein bisschen auf Glatteis, ich werde das in den Blogbeitrag zu diesem Podcast, werde ich das nochmal ordentlich recherchieren. Super. Ich glaube, es sind die Akten der Verfassungsschutzbehörde, nicht die Akten des, also nicht der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses, sondern die Akten der Verfassungsschutzbehörde haben eine absurd hohe Verschlussfrist. Ja, genau, das auch nochmal so als kleiner Schlag im Vorbeigehen. Ja, dass da in Hessen einiges faul ist mit diesem mit diesem Verfassungsschutzbeamten, der sich da in diesem Internetcafé aufhielt, während der NSU dort einen Mord verübte, dann aus diesem Internetcafé rausging nach diesem Mord und dann auch vor diversen, weiß ich nicht, Untersuchungsausschüssen, Gerichtsverhandlungen und so weiter aussagte, nö, also ich habe das nicht bemerkt. Und ich weiß jetzt nicht, wer meiner Hörerinnen und Hörer schon mal eine Schusswaffe mit scharfer Munition abgefeuert hat. Weißt du, warst du beim Bund oder warst du beim Zivildienst? Weder noch. Ui. Ich bin ein weißer Jager. Bist du ausgemustert worden? Scherz, ja. Ah, okay, gut. Ja, herzlichen Glück, Glückwunsch dafür. Ich habe das nicht hingekriegt. Aber der, es ist tatsächlich so, dass, wenn man schon mal in das zweifelhafte Vergnügen oder ich sag mal in der interessanten Situation war, eine Waffe mit scharfer Munition abzufeuern, da gibt es ja so Spezialohrschützer mittlerweile, so Hightech-Dinger, da hast du dann so Mikros drinnen und die machen dann, sodass du dich unterhalten kannst und die machen dann aber sofort zu ab einer bestimmten Lautstärke. Ja, also die Mikros gehen dann in Sekundenschnelle aus, sobald der Schall irgendwie höher wird als so und so viel Dezibel. Selbst wenn du ein, selbst wenn du so Ohrstöpsel drin hast oder diese Hightech-Ohrschützer, das Abfeuern einer Kurzwaffe, wie es so schön heißt, es ist wahnsinnig, man merkt es, es ist nicht möglich, es nicht zu merken. Und das geht auch nicht so wie bei James Bond, so plopp, plopp, wenn man da vorne noch so ein Ding drauf geschraubt hat. Am besten noch im fahrenden Auto mit allen Fenstern unten. Nicht unten, sondern oben. Also jedenfalls, das war ja der Weg, um zu sagen, da ist nicht alles so über jeden Verdacht erhaben, was da beim hessischen Verfassungsschutz insgesamt geschieht. Und die hessische Polizei, die hatten wir ja auch schon mehrfach in diesem Podcast erwähnt, die ja mittlerweile einige Ausfälle zu beklagen hat, weil ja, da rechtsextreme Netzwerke innerhalb der hessischen Polizei vermutet werden und da nicht weniger Beamtinnen und Beamte mittlerweile vom Dienst suspendiert sind, weil unter anderem aus den Geborgen der hessischen Polizei diese einen NSU-Anwältin Drohschreiben gefaxt worden sind. Ja, das ist der Status Quo der Generalbundesanwalt mit dieser Bewertung, dass es sich um ein politisches Attentat hat, schon sehr deutlich. Die ARD macht heute am Tag der Aufnahme am 17. Juni einen Brennpunkt dazu. Tagesthemen haben wohl schon gestern am 16. Juni darüber berichtet, aber dennoch, und jetzt kommen wir in die Bewertung, oder? Ja, ich bin bereit. Da haben wir beim letzten Mal schon drüber geredet. Wenn man sich die bundesweite Aufregung anschaut, die entstand, als der gute Herr Magnitz in Bremen behauptete, mit einem Kantholz verprügelt worden zu sein, obwohl er nur geschubst worden ist, mit direkt Statement des Bundespräsidenten am nächsten Tag und so weiter und so fort, wenn man sich überlegt, dass wir jetzt acht Jahre nach der Selbstaufdeckung eines Teils des nationalsozialistischen Untergrundes wieder einen Mord in Deutschland haben, im Stile des NSU, dann muss ich sagen, ist es in Deutschland im Moment noch verblüffend ruhig. Ich möchte eine kleine Einschränkung machen, wir haben bislang einen Mord mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, Wir haben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Tatverdächtigen, der rechtsextreme Handlungen gezeigt und Gedanken geäußert hat, das ist das, was wir haben, nur der Vollständigkeit halber und dass wir ein bisschen vorsichtig damit sind. Das ist jedenfalls der Ausgangspunkt. Ich selbst finde, ich verstehe, was damit gemeint ist, dass es besonders ruhig oder auffällig ruhig ist. Ich verstehe, was damit gemeint ist. Ich habe ansonsten auch gesehen, gewissermaßen Aufrufe sich aufzuregen. Das fand ich noch nicht ganz treffend. Ich glaube, man muss es wirklich sehr, sehr intensiv und sehr genau weiter beobachten, ohne zu sehr zu spekulieren. Aber man muss nicht unbedingt wir, aber die Zeitjournalisten bieten sich da eigentlich an, sehr, sehr präzise, tiefgreifende Fragen stellen. Eine könnte zum Beispiel sein, wie kommt das denn eigentlich, dass man diesen DNA-Abgleich erst nach zwei Wochen mal ein bisschen, dass der erst nach zwei Wochen zum Ziel führt und verschiedene andere Punkte, die da sind. Also, ich stimme dir zu, angesichts dieser Verdachtslage ist es ausgesprochen ruhig, ich würde, oder auffällig, verstörend vielleicht, ruhig, ich würde mich nicht zum Appell anschließen, regt euch auf und diese Einschränkung, ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber diese Einschränkung machen, man muss noch ein bisschen genauer hingucken, um zu wissen, was es wirklich ist. Es kann auch immer noch sein, dass es ein schlicht und einfach völlig gestörter Typ ist. Ja, aber der Punkt, mein Punkt ist ein anderer, oder es ist jetzt ein sehr abstraktes Problem, ich versuche es mal zu formulieren, vielleicht kriegen wir es während des Formulierens irgendwie hin, dass man es rausgearbeitet bekommt. dieses Gedankens versprechen. Bei dem guten Frank Magnitz hatte die Öffentlichkeit ja ungefähr genauso viele Informationen am Anfang wie jetzt bei Walter Lübcke. Ich schließe ja nicht aus und du hast vollkommen recht, da ist ja einiges an Vorverurteilungen schon drin von dem, was ich so sage. Es kann ja auch noch immer sein, dass diese DNA, die da jetzt den Stephan E. Also wir wollen eine Unschuldsvermutung auch noch. Klar, es gibt noch eine Unschuldsvermutung und so weiter und so fort. Raum geben. Jetzt bin ich aber auch so offen, dass ich sage, dass ich in diesem Fall natürlich ein bisschen parteiisch bin und wenn, wie gesagt, jemand im Stil des NSUs umgebracht wird und es dann einen Hauptverdächtigen gibt, der dem rechtsextremen Spektrum zugeschrieben wird, dann fange ich jetzt nicht an, noch danach zu suchen, ob es nicht vielleicht doch jemand von der Antifa war. Soll das jetzt meine Ausführung ad absurdum führen? das soll nicht deine Ausführung ad absurdum führen, sondern ich bin so offen, dass ich meinen eigenen Bias, den ich habe, meine eigene Parteiigkeit, die ich hier habe, dass ich die einfach klar benenne. Ich will nämlich nicht damit irgendwie kokettieren oder irgendwie so, sondern ich sage hier ganz klar, damit das allen Leuten irgendwie klar ist, ich bin da parteiisch und ich habe mir meine Meinung gebildet. Ich sage, damit wir, wir sind da sehr nah beieinander, ich sage, damit wir frei darüber reden können, müssen wir uns dessen bewusst sein, das schließt sich auch gar nicht aus, ich sehe eigentlich gar keinen Widerspruch oder wenig, damit wir frei darüber reden können, müssen wir uns bewusst sein, dass es immer noch unter einem gewissen Vorbehalt steht. Und deshalb finde ich, das hast nicht du gesagt, aber manche gesagt, regt euch ordentlich auf, finde ich, greift sehr, sehr kurz. Es geht nicht um das Aufregen, sondern es geht um die Sensibilität und ich glaube, diese Sensibilität ist in der Tat etwas unterentwickelt oder es ist schon eine solche Abstumpfung eingetreten, jedenfalls im Ergebnis reicht die Sensibilität nicht aus, in diesem Fall, wenn man das mit dem Fall Magnits vergleicht. Da sind wir sehr eng beieinander. Und man kann sich auch mal fragen, warum? Und ein Grund, ja, warum regt sich bei Herrn Magnits bis zum Bundespräsidenten des Land auf und hier beim Fall von Herrn Lübcke kommt erst langsam die Aufregung in Fahrt, will ich ein bisschen abwertend sagen. Also jedenfalls, warum ist der Puls wesentlich stärker emporgeschnellt, als Herr Magnits angerempelt wurde und vom Keintholz sprach, als in dem Fall, in dem sich herausstellt, dass ein führender Beamter mit mutmaßlich rechtsradikal, von einem Täter mit mutmaßlich rechtsradikalem Hintergrund erschossen wird. Ja, weil das mit dem Kantholz, das mit dem Kantholz kann sich, kann man sich halt noch so irgendwie vorstellen, es gab ja auch sofort die Fotos, die durchs Internet gingen und so und dann ist die Empörung, diese Empörung ist ja emotional und die ist ja auch ein sehr mächtiges Mittel, weil wenn sich dann diese Leute so empören, dann willst du dich ja auch nicht hinstellen und sagen, ja Moment mal, aber jetzt müssen wir doch erstmal ganz in Ruhe recherchieren, wer hat denn da den Herrn Magnits geschubst, so, will damit sagen, diese Empörung bei Magnits war ja schon falsch, dass sich alle auf dieses Spiel eingelassen haben, war ja schon falsch, ich will ja auch jetzt nicht Falsches dadurch besser machen, dass man bei einer anderen Situation da genauso falsch drauf reagiert, nur worum es mir auch geht bei dieser Magnits Frage ist, darüber hatten wir ja damals auch schon gesprochen, es gibt ja überhaupt keine Anhaltspunkte, wer das da irgendwie gemacht haben könnte, man wird das auch wahrscheinlich nie aufgeklärt bekommen, wer den Herrn Magnits dort dann da so mit dem Ellenbogen umgerempelt hat und du hast vollkommen recht, wir haben jetzt hier ein mutmaßlich politisches Attentat und die Leute sind ruhig, wahrscheinlich, weil man nicht so sich das so vorstellen kann, wie das so ist, erschossen zu werden und, was ich auch glaube, ist, dass es einfach von Journalistinnen und Journalisten auch eine gewisse Angst gegenüber der rechtsextremen Szene gibt, die fahren nämlich, siehe NSU, siehe Stefan E. mutmaßlich, die fahren nämlich zu den Leuten nach Hause und erschießen sie, die haben Benennungslisten, ja, ähm, und es da auch eine gewisse Angst gibt, möglicherweise vor einem Internet Shitstorm, so von wegen, ah ja, jetzt haben die hier gesagt, das ist ein Nazi, aber es ist ja gar kein Nazi und da siehst du mal wieder hier, weiß ich nicht, die Journalistinnen und Journalisten von der gibt es ja dann genug Wörter dafür und dann wirst du da noch geschittstormt und das ist das Absurde, das, weißt du, wenn, wenn du, wenn du dich hinstellst und sagst, das war die Antifa, die Antifa hat den Magnets umgeschubst, dann gibt es keinen Shitstorm von Leuten, die sich wie auch immer der Antifa zugehörig fühlen, die dann anfangen, Leute irgendwo im Internet oder persönlich per Anruf oder sonst was zu beleidigen, wohingegen du, wenn du irgendwas in die Ecke Rechtsextremismus sagst, ist da genügend Sympathisantinnen und Sympathisanten die ihren Scheißkübel über dich auskippen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den ich auch, wollte ich auch sagen, der sich jedenfalls so ein bisschen auch heraus, der sich so etwas herausbildete bei der Überlegung und dabei dieser Vergleich der Empörung, der gefühlten Empörung bei diesen zwei Fällen, Magnets auf der einen Seite und Herr Lübcke auf der anderen Seite, dieser Vergleich der Erregung des Pulsschlags und des Blutdrucks, der scheint auch aus dem unterschiedlichen Gebrauch der sozialen Netzwerke zu resultieren, dass, also einmal du schilderst ja, dass die Furcht vor dem Gegenschitstorm, wenn man dann falsch liegt, aber eben auch die Kraft des ursprünglichen Shitstorms, die aus dieser AFD-Richtung aus der rechten Ecke einfach heftiger, da kommt der Sturm heftiger und die Hemmung etwas, irgendjemanden falsch zu verdächtigen, die ist praktisch nicht entwickelt, gibt es nicht. Ja, beziehungsweise da gibt es ja auch genug Beispiele, wo die AfD ganz klar mit falscher Verdächtigung arbeitet. Ja, richtig, also in dem Fall Magninz haben wir das ja, also das Kantholz und die Bewusstlosigkeit und die ganz krassen Lügen und das ist dann einfach so als Wahrheit falsch dann im Sande wieder verlaufen und also die Hemmung etwas Falsches zu sagen, jemanden falsch zu verdächtigen ist da nicht vorhanden und sollte man jetzt natürlich tun wir auch nicht in die in den gleichen Fehler verfallen, sozusagen Gleichbehandlung im Unrecht, nein, aber es ist jedenfalls Zeit dieses Faktum zu beobachten, die Tatsache zu beobachten, dass hier eine sehr unterschiedliche Erregungsreaktion auftritt und wenn sich das tatsächlich weiterentwickelt und der Generalbundesanwalt der ermittelt nicht der ermittelt auch nicht bei jedem rechtsradikal motivierten Tötungsdelikt sondern der muss schon auch ein bisschen mehr haben das heißt es ist ein Zeichen dafür dass jedenfalls nach aktuellem Stand da wohl etwas Strukturelles hinterstehen könnte ja das ist ja das was in irgendeiner Pressemitteilung spricht das gegen den von mir ja vorhin auch mal ins Feld geführten die Möglichkeit des verwirrten Einzeltäters der einfach so vernagelt ist dass er nicht mehr kann und mit dem Messer irgendwie den Hauptbahnhof läuft das sieht möglicherweise anders aus zu dem verwirrten Einzeltäter muss ich aber noch ganz kurz was sagen weil das ist nämlich die langjährigen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen ja dass ich sehr großen Gefallen an diesem Konzept des stochastischen Terrorismus habe das ungefähr so aussieht dass wir also Hassrede im Internet erleben dass wir auch zum Beispiel so Politiker wie Donald Trump erleben die ständig mit dem Streichholz am Benzinkanister rumzündeln und dass es dann genug empfängliche Leute gibt die sich sowas anhören und dadurch dann bemüßigt fühlen auch mal aktiv zu werden also hier dieser Kommentar auf YouTube den die Süddeutsche Zeitung zitiert dieses also wenn das so weiter geht dann wird es auch Tote geben und so und dass das halt eine Form das ist eine spezielle Form von Terrorismus dieser sogenannte stochastische Terrorismus und im Zuge dessen und weil ich da ja mal versucht hatte einen Wikipedia Artikel zu etablieren was nicht funktioniert weil die deutsche Wikipedia den natürlich sofort wieder gelöscht hat weil ist ja alles uninteressant in diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen oder ist mir nicht aufgefallen aber habe ich gelernt dass dieses Konzept des Lone Wolves das wurde durch amerikanische US amerikanische Rechtsextremisten geprägt ja also das ist dezidiert ein sag ich mal Konzept und eine Idee die von amerikanischen Rechtsextremisten quasi ins Leben gerufen worden ist wenn man das so sagen möchte theoretisch unterfüttert worden ist und die natürlich so ein bisschen auch der Abwehr dient um dann am Ende dort keine Netzwerke zu sehen weil man sagt es ist ein verwirrter Einzeltäter aber und das hatte die hessische Polizei ja auch in einer Pressemitteilung gesagt dass man im Zuge jetzt dieser Festnahme überprüft ob noch weitere Straftaten mit diesem Täter mutmaßlichen Täter Stephan E in Verbindung zu bringen sind das ist dann wahrscheinlich der Grund warum da der Generalbundesanwalt ermittelt aber der Generalbundesanwalt hat ja heute auch schon gesagt dass sie im Moment keine Verstrickung in irgendwelche rechtsextremen Strukturen sehen ja das Konzept Lone Wolf wie auch immer ist wahrscheinlich ein ähnliches ebenfalls ein Konzept so wie es seinerzeit zu RAF Zeiten werden ja auch schon mal Vergleiche jetzt gezogen ja wie es die Stadt Geria war aber natürlich etwas gänzlich Unterschiedliches vielleicht auch noch ein bisschen vorschneller Vergleich jedenfalls wie das Land in Aufruhr geraten war was für ein vorschneller Vergleich vorschneller Vergleich von mir zwischen den Zeiten der RAF und dem jetzigen Fall Lübcke werden wir sehen deswegen ich hatte gedacht wenn sich da mehr daraus entwickelt ist das natürlich in der Tat eine sehr besorgnungserregende Sache ich hatte auch ernsthaft gedacht dass du dich da auf diesen doch wirklich sehr bescheuerten Tweet von dem CEO von Siemens bezogen nein der ist mir nicht bekannt ja der CEO von Siemens dann machen wir da kurz eine kleine Exkursion der CEO von Siemens jetzt muss ich den Tweet gerade suchen da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet der CEO von Siemens hatte dem Zentrum für politische Schönheit geantwortet das letzte Mal das politisch motivierte Morde in Deutschland in großem Stil passierten kamen sie von scharf links mit der RAF eines vieler Opfer war unser Forschungschef Karl Beckurz zeigt eigentlich nur dass alle Rennen am Abgrund liegen ja das ist so ein bisschen geschichtsvergessen denn das letzte Mal als es politisch motivierte Morde im großen Stil in Deutschland gab das war der NSU und das waren das ist sieben Jahre her und das finde ich schon ein bisschen peinlich wenn der CEO von Siemens anscheinend vergisst dass es mal den NSU gab und dass er natürlich sofort mit dem Hufeisen kommen muss und sagen muss aber 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 die Linken die sind ja auch auch ganz schlimm ja ja also ich habe das jetzt mein Versuch war das mit der die mit dem Anstieg des Pulses und Blutdruck und Körpertemperatur noch mal zu vergleichen den damals in den 70er Jahren vor allem die RAF ausgelöst hat aber dieser Vergleich wie ich feststelle beim Sprechen hinkt was hier Herr Käser da fabriziert hat es ist eigentlich so verfehlt dass man Menschenleben überhaupt gegeneinander aufwiegt und sich ein Vergleich dieser Art erlaubt dass so Kurt Beckhurst der ja tatsächlich übel ermordet worden ist aber was hat das miteinander zu tun es ist halt so absurd weil es den Mord an Walter Lübcke halt so total relativiert also ich hab auch irgendwie gedacht ja okay wenn das jetzt irgendwie ein Journalist von der Welt oder von der NZZ gewesen wäre dann hätte ich gesagt okay klar da hast du wieder deine Leute am Start aber der Käser vollkommen ins Aus was ich noch einen ganz interessanten Aspekt finde an dieser ganzen Geschichte jetzt sollte sich bewahrheiten dass Walter Lübcke dort von einem Rechtsextremisten getötet worden ist das wurde ja verschiedentlich in den Medien auch angesprochen das ist ja so schienen aber da muss man jetzt mal auch gucken wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt das ist ja so schienen als hätte sich dieser Stefan eh aus der rechtsextremen Szene zumindest so ein bisschen zurückgezogen also er muss da wohl nicht mehr so aktiv gewesen sein wie er es früher einmal war und und dann von einem Journalisten auf Twitter auch die Frage gestellt worden ist okay ja was bewegt dann einen Familienvater der jetzt wohl ist dazu ein Mord zu voll verüben zu verüben zu begehen weil was in dem Zusammenhang ganz interessant ist ist ja dieses und es sind ja vor allem den Recherchen von der taz der martin kaul hat sich da ja sehr verdient gemacht sehr beeindruckend diese ganzen Hannibal Recherchen wo sie ja jetzt auch in mecklenburg vorpommern erst vor kurzem polizisten oder ehemalige polizisten festgenommen haben die so waffendepots angelegt haben diese ganzen Recherchen zu dieser ja KSK Ex KSK Szene dieser UNITA Verein dieser eine Typ da in diesem UNITA Verein ehemals KSK Soldat mit dem Namen Hannibal die sich also alle so mehr oder weniger auf den sogenannten Tag X vorbereiten preppen ja und der Tag X ist ja für die tatsächlich die im Duktus der NSDAP wäre es die Nationalsozialistische Revolution die haben sich ja auch damals als Revolutionäre gesehen und sprachen ja auch in ihren Propagandaschriften immer wieder von der Nationalsozialistischen Revolution und es also bei diesen gewaltbreiten Rechtsextremisten die sich Waffen bunkern und irgendwelche Pläne schmieden was sie also dann am Tag X machen um Personen handelt die dann also konkrete Pläne Ideen haben okay am Tag X werden irgendwelche Politiker irgendwelche Leute die wir hier auf unseren Benennungslisten haben an diesen und jenen Orten versammelt und dann werden die da zum Beispiel erschossen oder erst mal festgehalten und dass das also ein wirklich eine sehr interessante Frage ist die auch ein Redakteur von der Frankfurter Rundschau auf Twitter gestellt hat nämlich was diese Szene im Moment eigentlich noch so zurückhält weil das was der Stefan E. dort mutmaßlich gemacht hat ja genau in dieses Schema reinpasst Tag X ich wehre mich wir stehen jetzt alle auf knallen missliebige Politiker ab und ich denke und das hatte ich ja auch auf Twitter geschrieben was sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten die werden tatsächlich ganz interessant weil wenn da der Staat Stichwort Gewalt Monopol und so wenn da der Staat nicht und das sind ja Worte die man von mir sonst in dieser Form gar nicht kennt und wenn da der Staat nicht in aller Härte dieser Szene demonstriert dass die eben nicht das Gewalt Monopol haben sondern dass der Staat noch immer das Gewalt Monopol hat und dass wenn die da irgendwie ihre Nazi Revolution machen wollen dass die richtig hart auf die Finger kriegen wenn das nicht passiert dann wird dieser ganzen Szene signalisiert okay selbst wenn wir hier einen in Kassel mehr oder weniger am helllichten Tag ist Quatsch er wurde in der Nacht abgeknallt aber wenn wir den da relativ genau also nicht konspirativ sondern bei sich zu Hause im Garten erschießen ja gut dann wird da einer festgenommen aber es kommt jetzt nicht irgendwie zu umfassenden Razzien oder sonst irgendwas ich würde das ergänzen die mit aller Härte ist ja so ein schwieriger Begriff ich würde vorschlagen mit aller klingt ein bisschen softy aber ich meine es trotzdem so oder gerade deshalb mit aller Sensibilität und vielleicht Gründlichkeit und Gründlichkeit ist ja eine Tugend also jedenfalls mit aller Sensibilität im Sinne von Aufmerksamkeit Gespür Offenheit für Ermittlungsansätze dieser Sache nachzugehen und nicht mit dieser verbohrten Bunker Mentalität dass da jeder nur seine aus den Fugen geratenen V-Leute in irgendeinem in irgendeinem rechten Gegelklub schützen möchte und deshalb nichts sagt oder allenfalls mal einen hinter einer weißen Wand aussagen lässt also das ist diese Sensibilität gegenüber möglichen rechtsextremen rechtsterroristischen Aktivitäten und da war ja der Verfassungsschutzpräsident AD Hans-Georg Maaßen die schlechtest mögliche Wahl ich nehme an unter den 85 Millionen Bundesbürgern gab es keine schlechtere Wahl als Hans-Georg Maaßen dafür Erika Steinbach wäre glaube ich noch schlimmer gewesen aber die ist ja auch nicht mehr beamtenfähig aber du weißt ungefähr was du meinst 99% der Deutschen wären qualifizierter gewesen ich bin jetzt auch nicht alle durchgegangen also ich will mich auch nicht festlegen dass alle jedenfalls also was will ich sagen der Ansatz des Hans-Georg Maaßen der zeigt dass jedenfalls bei Besetzung der Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz mit Hans-Georg Maaßen diese Sensibilität gänzlich fehlte dabei dem Akt ihn drin zu belassen also Maaßen durch unterlassen sozusagen da fehlte diese Sensibilität völlig und offenbar damit rechnen dass es das gibt und da muss man genau hingucken und so wie man ja da hinguckt und glaubt die Welt bricht zusammen oder glaubte die Welt bräche zusammen das politische System bräche komplett zusammen wenn irgendeiner da mal so einen Strommasten abgesägt hatte was ja über Jahre ich weiß nicht wie viele Jahre das her ist so 20 Jahre da war von vor allem autonomen Atomkraftgegnern dass eine beliebte Spielart mal so ein Strommast umzusägen ich weiß nicht ob du dich erinnerst nein und in den Zeiten war da ein absoluter Großalarm da hat also jedenfalls auch immer der Staatsschutz und wahrscheinlich wenn der Mast ein bisschen höher war gleich auch der Generalbundesanwalt ermittelt da war eine Hypersensibilität gegenüber bestimmten dem linksextremen Spektrum zugeschriebenen Handlungen festzustellen wir wollen natürlich keine Hypersensibilität und hinter jedem Menschen der irgendwie ja also keine Hypersensibilität aber Sensibilität eben ein Sensorium Ich glaube Hypersensibilität in Bezug auf Rechtsextremismus würde den deutschen Sicherheitsbehörden ganz ehrlich ganz gut tun ja müssen wir Hypersensibilität definieren weil Hypersensibilität siehst du ja auch Sachen die es gar nicht gibt ja aber sagen wir mal so bei dem Grad an Abgestumpftheit hohe Sensibilität bei dem Grad bei dem Grad an Abgestumpftheit den ich diesen Behörden unterstelle bräuchten sie glaube ich Hypersensibilität und wenn man sich das so mit Minus und Minus ergibt Plus vorstellt dann wären sie wahrscheinlich bei irgendwie dem normalen der normalen Menge an Sensibilität die man sich wünschen würde ja dann wären sie bei der eines durchschnittlich sensiblen Menschen und nicht nur eines durchschnittlich sensiblen Polizeibeamten ja genau also ja aber wie schnell sich das ändern kann haben wir auch schon in diesem Podcast drüber geredet und es ist nochmal sehr gut dass du hier den Hans-Georg Maaßen erwähnst weil wenn ich mir jetzt vorstelle dass der gutste noch Vorsitzender des Bundesamtes für Verfassungsschutzes wäre der würde sich wahrscheinlich direkt morgen bei Julian Reichel dahingehend einlassen dass er den Stefan Eher auch ganz gut verstehen kann dass er den dass er den Lücke da er kann das Land verlassen dann muss man sich dagegen wehren das war doch Notwehr das war 20.3 Artikel also der der was da die linke Presse wieder schreibt das ist ja das sind ja alles falsch und abgesehen davon Einzelfall Einzelfall der dass man das auch anders sehen kann als Hans-Georg Maaßen beweist ja jetzt der neue Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutzes der gute Herr Haldenwang der ja vor kurzem erst auf einer Pressekonferenz sagte dass die rechtsextreme Gewalt in Deutschland oder das rechtsextreme Gewaltpotenzial das hätte ein neues Niveau erreicht ja und da müssen man sagen der verfügt ja über gewisse Erkenntnismittel auch das denkt er sich jetzt nicht das denkt er sich nicht so dass er sagt sie haben überhaupt keine Ahnung von solchen Sachen nein nein das ist der oberste Verfassungsschützer der solche Sachen sagt ich finde es einfach krass was wir hier im Moment mit der Einschränkung sollte sich das jetzt bewahrheiten aber ich nehme mal an ich könnte mir vorstellen dass die DNA die sie dort gefunden haben möglicherweise jetzt nicht irgendein Haar oder irgendeine Hautschuppe war vom Stefan E die da irgendwie rumlag sondern ich habe mal gerade so ein bisschen überlegt höchstwahrscheinlich wenn es noch irgendeine Form von Kampf dort gab dass der Lübcke das unter seinen Fingernägeln hatte oder irgendwie sowas kann sein kann alles sein muss es aber auch nicht aber ich finde spannend weiß ich wirklich muss ich leider dass mir jetzt so etwas rausgerutscht möchte das natürlich nicht Pietät los aber es ist ja tatsächlich sehr spannend aber es ist schon wirklich sehr spannend ich meine da kannst du jetzt als Strafverteidiger wahrscheinlich noch eher ein Lied von singen als ich aber der DNA Beweis vor Gericht ist ja jetzt auch nicht so äh eisern fest wie uns das weiß ich nicht CSI Miami immer glauben machen möchte ne also da musst du ja als Strafverfolgungsbehörde wenn du dann DNA Beweis vorlegst so wie ich das verstehe musst du ja im Grunde genommen minutiös und lückenlos nachweisen dass es dazu keine Verunreinigungen kam dass es also wirklich ganz plausibel vom Täter stammt und so weiter und so fort ja richtigerweise schüttelt man so einen DNA Beweis noch immer nicht einfach so mit einem Schnellteststäbchen aus dem Ärmel und klar da muss noch einiges hinzukommen wenn allerdings man diese DNA Spur hat dadurch den Tatverdächtigen gefunden hat dann wird es wahrscheinlich nicht so schwer sein ein Bewegungsprofil zu erstellen von dem ja die werten ja im Moment Datenträger von ihm aus die haben ja bei ihm im Haus auch Waffen gefunden darunter allerdings nicht die Tatwaffe also jetzt bei Stefan E also es bleibt spannend was wir da in den nächsten Tagen erfahren werden was da alles noch im Zuge der Hausdurchsuchung und weiteren Ermittlungen über den Stefan E noch so zutage gebracht wird ja und wir sagen rechtes Auge bitte auf allerseits ja was ich noch gerne thematisieren würde in dem Zusammenhang ist welche Rolle da hatte ich ja vorhin schon zu angesetzt welche Rolle im Grunde genommen so diese Radikalisierung im Internet da spielt und ob man da nicht auch wenn wir hier wenn du vorhin von Sensibilität sprachst aber ob man da nicht auch also einmal in der Politik aber dann auch nochmal bei den Strafverfolgungsbehörden man da das Verständnis braucht auch dass man dort irgendwelchen rechten Shitstorms und Hetztiraden die dann über so Leute wie Lübcke und andere sich ergießen dass man da nicht schneller wird oder dass man dort schneller werden muss was quasi Aktio und Reaktio angeht wer muss schneller werden die Strafverfolgungsbehörden darin irgendwelche beleidigenden verhetzenden Kommentare auf diesen Plattformen zu ahnden ja also dass sie Straftaten auf Plattformen schneller und besser ahnen müssen glaube ich auch denn das ist einfach eine moderne Strafverfolgung muss sich den Gegebenheiten anpassen so wie man also auch in dem Strafprozess und im Ermittlungsverfahren nicht mehr mit denselben Methoden vorgehen kann wie man das vor 150 Jahren getan hat und das erlebt man ja im Strafprozess auch sehr häufig in der Ermittlungstätigkeit ist das nicht anders da gibt es eben Fälle in denen der die Vorgehensweise aus einer gänzlich anderen Zeit stammt da es selbst Tankstellen Räuber gibt es ja heute nicht mehr aber das war so für da war die Strafprozessordnung und die Ermittlungsmethoden waren da noch ganz cool für aber das ist wenn man heute komplexe Wirtschaftsstrafverfahren sieht oder ähnliches sind es einfach die falschen prozessualen Methoden aber eben auch die falschen Ermittlungsmethoden wenn man sich anschaut wie lange noch immer das Landeskriminalamt zum Beispiel in Berlin die so ein bisschen die Zentralstelle der Kriminalpolizei sind anders als in Flächenländern aber wie lange die brauchen um in einem Fall der jetzt kein spektakuläres Kapitalverbrechen ist ein Rechner auszuwerten das war der Hammer die Medienkompetenz dort und so weiter und so fort scheint es nicht zum Besten bestellt zu sein mit anderen Worten da muss zwingend einfach muss zwingend Ermittlungskompetenz her damit das nicht zu diesem berühmten rechtsfreien Raum wird und das eben mit den vorhandenen Mitteln ist das ja schon möglich das ist ja das Interessante also mit den vorhandenen rechtlichen Mitteln ist das möglich wenn die Plattformen wie Twitter und Facebook so kooperieren würden wie man sich das wünschen würde was sie ja noch immer trotz Netzwerkdurchsetzungsgesetz nicht tun ja und ja es gibt ja ich weiß nicht genau was diese Frau Steinbach gesagt hat der Akif Prinship glaube ich war das der hatte auch sehr Perinship der hatte in Dresden bei Pegida hatte der sehr unrühmliche Sachen gesagt ja die wurde der glaube ich sogar schon verurteilt das war dieser das war dieser ganz ganz üble Satz mit dem da ging es dann um ihn und dann hat er so sinngemäß irgendwas gesagt ja aber dafür sind ja die waren ja mal die KZs da aber die sind nicht mehr in Betrieb also es war aus dem Kontext wurde irgendwie klar dass er da anscheinend suggerieren möchte dass ja dass da also der Herr Lübcke in ein Konzentrationslager gehört das konnte man also mit ohne da viel rein interpretieren zu müssen konnte man das aus dem was er dort sagte deuten aber dafür wurde der glaube ich schon verurteilt beziehungsweise hat er schon einen Strafbefehl für gekriegt der ist übrigens auch sehr klagefreudig ah ja ja dann schöne Grüße wir sind hier und pöbelt auch gerne auf Twitter und so rum ich bin da nie drauf eingegangen viele Grüße an Akif Pirinci die diese Katzenromane fand ich immer scheiße ich hab die nie gelesen es gab da mal eine Verfilmung es gab da mal eine Verfilmung aber das war ziemlich beschissen das ist eigentlich traurig dass jemand mit so schlechter Literatur Geld verdient hat aber hey es ist traurig dass jemand Katzen so gut findet und dann so ein so krummes Gedankengut verbreitet ja aber Carmichael is a bitch aber jedenfalls wo ich drauf mein Gedanke war ich weiß nicht ob das hier die Schwelle ich kenne die Äußerung nicht genau von Frau Steinbach Steinbach und Pirinci wie heißt der ich weiß es nicht Akif Akif Pirinci Principi ich weiß es nicht Pito jedenfalls jetzt über den Namen vergessen was ich sagen wollte du weißt nicht was Erika Steinbach gesagt hat Komma aber möglicherweise ist das auch noch strafrechtlich relevant wolltest du das nein ich weiß es nicht ob das strafrechtlich relevant ist aber das Instrumentarium das wir haben mit den ganzen Anstiftungs Volksverhetzung Tatbeständen wenn man das anwendet das materielle Recht das es schon gibt zum Schutz vor böser Meinungs vor bösen Äußerungen wenn man dieses Instrumentarium anwendet hat man anwendet würde dann hätte man schon ein sehr hohes Schutzniveau erreicht wenn man dann diese Hürden noch überwindet dass soziale Netzwerke obwohl sie das mit einem Federstrich hätte man früher gesagt mit einem Mausklick sagt man heute zu tun könnten wenn sie dann noch die Daten zur Verfügung stellen wenn ein konkreter Straftatverdacht besteht und nicht irgendwie einfach nur nackte Haut sofort abschalten ja so so also wir bleiben dran bei Herrn Lübcke glaube ich wir bleiben dran das wird hochinteressant ich bin auch vor allen Dingen gespannt also er lässt sich ja im Moment lässt sich Stefan eher anscheinend nicht ein kannst du zum jetzigen Zeitpunkt schon irgendwelche Tipps quasi abgeben wie sich das in einem Prozess entwickeln würde ja kann ich denn das wird ein Indizienprozess werden wenn der Tatverdacht weiter anhält und es zur Anklage gegen Stefan E kommt und da wird sich höchst wahrscheinlich der Verteidiger die Verteidigerin in der Tat den guten alten die alte Unschuldsvermutung nehmen und sagen ihr müsst ja das beweisen dass das der Stefan E war dann macht das mal ich muss es nur erschüttern also sozusagen ein klassisches Defensivspiel mit einer Fünferabwehrkette da stehen und nichts sagen höchstwahrscheinlich denn also man wird das dann typischerweise über Beweisanträge seitens der Verteidigung steuern die weniger die keine Äußerungen sind sondern dass man dann einen Beweisantrag stellt die Funkzelle in Kassel in ja in einer anderen in Frankfurt in Wiesbaden der ist ja offenbar in Wiesbaden sehr viel unterwegs also die Funkzelle XY in Wiesbaden auszuwerten weil sich sein Handy da eingeloggt hatte zum Tatzeitpunkt oder so etwas das in die also in den Worten Schweigen ist jedenfalls erstmal eine gute Nummer weil was willst du sonst auch machen das ist ja auch der Grund warum vielfach auch oder warum so häufig auch in völlig aussichtslosen Situationen beziehungsweise wenn die Schuld einer Person unendlich feststeht wird die Tat ja immer noch geleugnet und das ist halt natürlich auch die einzige Chance in vielen Fällen so richtig was zu gewinnen hat er hier nicht gut also kann natürlich auch so eine Insanity Defense sein dass er wirklich schwer gestört ist sodass es schon strafrechtlich relevant ist weiß ich nicht also im Zweifel Schweigen ist natürlich erst einmal das Mittel der Wahl ist auch gut und richtig worauf ich hinaus wollte ist das haben wir jetzt natürlich auch noch nicht angesprochen weil wir dieses Mal uns quasi monothematisch nur mit Walter Lübcke beschäftigen aber in Neuseeland hat ja jetzt auch der Prozess gegen diesen Amokläufer Attentäter von Chris Church begonnen ja auch der hat gesagt dass er unschuldig ist ja genau ist pleading not guilty genau und der scheint ja eine Verteidigungsstrategie zu haben so wie ich das verstanden habe wo er den Prozess vor allen Dingen dazu nutzen möchte als Bühne also so wie Anders Breivik in Norwegen ja gut wir werden sehen du sagst beste Chance für ihn Klappe halten Verteidiger erschüttert die Indizien der Anklage ja 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 ich denke auch der Fall Walter Lübcke und diese Entwicklung dass es da jetzt einen mutmaßlichen Täter gibt und dass dieser verhaftet worden ist das werden wir weiter verfolgen ach so eine Frage die ich noch habe wie lange wird der Prozess dann deiner Meinung nach dauern wenn sie jetzt auch so fünf Jahre lang wie beim NSU Prozess oder vielleicht doch ein bisschen schneller wenn sich der Tatverdacht erhärtet es zur Anklage kommt und dann zum Hauptverfahren gegen Stefan E wird es schneller gehen als das NSU Verfahren ach das ist wahrscheinlich gar nicht so schwierig also das die werden wenn sich der Tatverdacht erhärtet und es bei einer Einzeltat bleibt woher der Verfassungsschutz vielleicht schon sorgt dann ist das in einem Jahr vorbei gut wir bleiben dran ich würde sagen dann packen wir es für heute oder so machen wir es ja liebe Hörerinnen und Hörer heute in einer für unsere Verhältnisse relativ kurzen Folge mit nur einer Stunde und 47 Minuten wobei sich das noch verändern kann sollte ich irgendwelche Sachen rausschneiden aber ich glaube nicht dass ich da Großsachen rausschneiden muss wie sonst immer ja das war ein Lachen dazu ja ich fand das lustig nein ich muss natürlich nie irgendwas rausschneiden ich schneide so ein paar Reusperer raus ich schneide manchmal raus ich habe es ja auch einmal auf Twitter veröffentlicht so Outtakes wenn wir beide irgendeinen Einspieler haben und dann gerade wieder nicht wissen darf man was sagen ein Ulrich Wehner rauspert sich nicht ein Lothar Matthäus spricht kein Französisch ein Ulrich Wehner hat es nicht nötig sich zu rauspern ja das war die dieswöchige Folge von Lauer und Wehner ich habe euch eingangs der Folge und durch so gezielte passiv-aggressive Einspielungen während dieser Folge mitgeteilt dass ihr diesen Podcast sehr gerne unterstützen könnt worüber wir beide uns sehr freuen würden ansonsten machen wir in gewohnter oder ungewohnter Qualität hier an dieser Stelle natürlich gerne weiter wenn ihr diesen Podcast mögt empfehlt ihn weiter am besten auch euren Eltern zum Beispiel euren Geschwistern das könnte ja so eine Hausaufgabe sein für nächste Woche jeder von euch empfiehlt es mindestens einer Person weiter und dann wird das was ihr könnt unseren Podcast bewerten auf iTunes wenn ihr das noch nicht gemacht habt wie gesagt Leute ich sehe wie viele iDevices und Macs unseren Podcast hören wir haben noch nicht annähernd so viele Bewertungen auf unserer iTunes Seite nehmt euch bitte die zwei Sekunden Zeit um da einfach so einen Klick zu machen für diese Sternchen man kann uns auf YouTube abonnieren man kann uns auf Spotify hören man kann aber auch einfach ganz klassisch den Feed abonnieren und den Feed unseres Podcastes in ein beliebiges Podcastprogramm rein pützeln oder man hört es einfach über die Webseite dieser Podcast hat Kapitelmarken ja mir fällt jetzt auch nichts mehr ein außer genau ich veröffentliche den am Dienstag am Mittwoch habe ich Geburtstag wenn ihr mir am Mittwoch dem 19.06. zum Geburtstag gratulieren wollt könnt ihr das gerne machen freue ich mich sehr ja ja genau bleibt sensibel bleibt sensibel werdet es werdet es wenn ihr es noch nicht seid und dann eine schöne Woche noch bis zum nächsten Mal tschüss tschüss tschüss